Jetzt bei IPS-TV, Fujifilm XS10. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IPS-TV. Wir schauen uns heute einmal die Fujifilm XS10 etwas genauer an. Wir beginnen mit dem Gehäuse. Die ersten Unterschiede sind offensichtlich. Der Griff ist im Vergleich zur X-T4 oder auch zur X-T30 deutlich größer geworden. Wir haben ihn tendenziell eher ähnlich der X-H1. Dazu kommt, dass wir die Top-Dials tatsächlich frei belegbar haben. Und ich habe die verschiedenen Custom-Modi auf der rechten Seite, die ich frei belegen kann. Dass ich zum Beispiel ein Portrait, ein Landschafts- und ein Sportfotografie-Setup haben kann und zwischen diesen Modi hin und her wechseln kann, ohne die einzelnen Parameter berühren zu müssen. Auf der linken Seite und auch ganz rechts auf dem Gehäuse habe ich zwei Räder, die kann ich frei belegen. Ich kann zum Beispiel Zeit oder ISO einstellen oder aber auch einen Weißabgleich variieren. Das macht definitiv Sinn und ist besonders für ein Einstiegsmodell, was die XS10 definitiv ist, auch absolut Sinn, damit man hier ein bisschen customisen kann und die Kamera so zurechtbauen kann, wie man selber es braucht. Im Innenleben hat die Kamera einen stabilisierten 26-Megapixel-Sensor, genau wie in der X-T30 und X-T4. Wichtig dabei ist, dass es das erste Mal ist, dass Fuji in einem günstigen Modell einen X-Trans-Sensor verbaut. Absolute Besonderheit und auch ein bisschen eine Adelung für diese Kamera, da die X-Trans-Sensoren deutlich mehr Performance und Dynamik bieten, als es die Bayer-Sensoren, die Fuji zum Beispiel in den X-T200-Modellen verbaut hat. Insgesamt muss man also sagen, ist diese Kamera eine sehr vereinfachte X-T4, könnte man auch sagen. Sie bietet viele wichtige Funktionen, wie eben die Auflösung und den X-Trans-Sensor, hat aber zum Beispiel auch den alten Akku. Im Gegenzug dazu hat sie ein bisschen bessere Ergonomie als die X-T4. Sie ist also, wie gesagt, keine X-T40, sondern tendenziell eher eine kleine Version der X-T4 mit ein paar Einschränkungen. Insgesamt ist die Kamera definitiv interessant, besonders aufgrund des Preises. Für knapp unter 1.000 Euro Kamera alleine, für knapp unter 1.500 Euro mit dem definitiv empfehlenswerten 16-80 Blende 4 Objektiv. Also insgesamt bietet die Kamera eigentlich alles, was man für diesen Preis erwarten kann und erwarten muss. Wer mehr Performance braucht, der sei definitiv besser beraten mit einer X-T4 oder wartet vielleicht noch, bis die langersehnte X-H2 auf dem Markt erscheint. Als kleinen Abschied habe ich noch etwas Besonderes für euch, und zwar das brandneue 50mm 1,0. Eine absolute Macht von Fuji, ein komplett neu, ideal gerechnetes, super scharfes Objektiv mit einem extrem schönen Bokeh, mit einer Lichtstärke von 1,0. Absoluter Wahnsinn. Dieses Objektiv und auch die X-S10 wird, sobald sie beide erhaltlich sind, bei uns im Laden im Rent zu bekommen sein, also auch in unserem ganz regulären Try-and-Buy-Angebot. Schaut gerne bei uns auf der Website, bei unserem Instagram-Kanal, natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch persönlich, natürlich mit Maske, im Geschäft vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei IPS-TV. Vielen Dank fürs Zuschauen.